Heute, wenn es mit Schwerf ist. Ich bin Leona. Heißt du? Ich bin hier von Porto. Was ist denn jetzt? Vor der Frau Flaschkeister. Was ist denn? Erst in der Küche. Ich hab' ja gesagt, dass er die Kinder ist. Was stimmt denn? Ja, und jetzt halt. Wie ist das schon so? Nein, es ist einfach. Ich bin nicht schuldig, aber es ist spannend. Der hat heute von der Stadt, aber im Olima. Ich hab' ja auch gewonnen. Ich hab mir zu gut. Herzlichen Glückwunsch. Weißer. Beste Rieser. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.